Matthäus 3 Johannes der Täufer Johannes der Täufer kam in die Wüste von Judäa. Er sagte, ändert euer Leben. Das Himmelreich ist nah. Der Prophet Jesaja hat über ihn gesagt, eine Stimme ruft in der Wüste, macht den Weg für den Herrn bereit. Johannes trug einen Mantel aus Kamelhaar und einen Ledergürtel. Er aß Heuschrecken und Honig von Wildbienen. Viele Menschen kamen zu ihm aus Jerusalem, Judäa und der Gegend am Jordan. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten ihre Sünden. Johannes fordert die Menschen auf. Johannes sah viele Pharisäer und Sadduzeer kommen. Sie wollten sich taufen lassen. Er sagte, ihr Schlangen! Wer hat euch gesagt, dass ihr Gottes Gericht entkommt? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben ändern wollt. Denkt nicht, dass Abraham euer Vater ist. Gott kann diese Steine zu Kindern Abrahams machen. Die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes spricht über Christus. Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser, weil ihr euer Leben ändern wollt. Aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er wird das Getreide sieben, den Weizen sammeln und das Stroh in einem Feuer verbrennen, das nie ausgeht. Jesus lässt sich taufen. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich taufen lassen. Johannes wollte ihn abhalten und sagte, ich sollte doch von dir getauft werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete, wir müssen das tun, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab. Eine Stimme aus dem Himmel sagte, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Das ist mein geliebter Sohn.